Willkommen zu Battlery! Tutorial beginnen! Warte auf Server! Deine Teamkollegen verlieren Energie, wenn er getötet wird! Was? Teamkollege? Oh, oh! Durch Space, um die Sequenz zu überspringen. Will ich aber gar nicht. Qualifikationsmatch der Siegerheldenplatz in dem Battlery Leech. So! Ich habe nie erwartet, dich in der Arena zu sehen. Ja, was hat er sich geändert? Sagen wir einfach, ich habe eine Rechnung zum Gleichen. Es ist schon lange her, seit ich dich zuletzt im Kampf gesehen habe. Beginne dich zu bewegen! Bewege deine Blut in Zirkulation! Fühlt sich gut anzulocken! Ich würde lieber meine Waffe polieren. Nun, diese Waffe würde gründlich poliert. Versuche dir gegen deine Ziele einzusetzen. Endlich etwas Action! Achso! Achso! Verwenden deine so schöne Waffen, ja! Boah! Ziell-Dami! Ha! 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 Denk einfach daran! Die werden die Schießen zu bewegen, sonst bist du leichte Beute! Nun, warum kannst du das große Waffen von dir zu gutem Gehäuse? Destroi diese Waffen! Boom! Versuche jetzt mal eine Ziele gleichzeitig zu treffen! Genau gezielt, wie immer, ja! Schade! Du hast gewiss eine Menge Feuerkraft! Aber wie stehst du mit deinen Ausweichmanövern! Oh, Backe! Gut genug, würde ich sagen! Nein! Das ist… Ja, einfach so! Ich bin genau schneller! Das ist... Ich bin genau zu sehen. Ich bin genau in der Bahnen. Ich bin ganz gut hier! ... ... ... zu springen schneller reagieren ja ist ja gar nicht mal so einfach so hat gelackt deswegen nun so zeigst du mir nicht deine akte des erfeuerschen was die uhr fähigkeit falsche abgänger übungen reduziert im fall und ich will nicht die fähigkeit verwendet ok ich kann mich aber nicht bewegen ja ist ja gut jungen 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 alter ja ok ja ist ja gut äh äh wir konnten nämlich jetzt treffen wir konnten nämlich jetzt treffen äh sag mal ja ist ja gut alter alter der erwischt mich sofort ich würde ja gerne ich würde ja gerne alles klappt einfach nicht war das klappt einfach nicht ne ja leck mich doch ja schluss und meine müde also cool ist kein manöver für mich angeklangungen ich würde ausweichen sondern für die Anschleichung immer ausgezeichnet nachher über die jungen der Kirche über die Sparte nach Was? Achso, E. Äh, okay, E. Achso, ah, wenn er gestunt ist. Verstehe, verstehe, verstehe. Verstehe, verstehe. Verstehe, verstehe. Jetzt habe ich verstanden. Okay, 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 okay. Ah, jetzt habe ich verstanden. Ja, 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 ist gut, ist gut. Ich habe es verstanden! Lass mir in Ruhe! Ich glaube, dass, wie ich, du hast auf deinen Scheiben. Schau mir, was du kannst! Ja, also, die müssen tasten, behalte ich doch nie. Achso, Energie einsammeln, okay. Ultimate bereit! Welche ist denn meine Ultimate? Ah, F ist meine Ultimate! Okay. 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 Ich bin nicht bereit, ja. Ich bin getötet worden. Ich bin bereit, dass du das auf jeden Fall bist, ich bin bereit! Ja, ich bin bereit! Oh, eine letzte Sache, Jade. Die Arena erlaubt die Verwendung von Reitieren. Sie können umdrehen, woher ist es? Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Danke, Bako. Zeit, um das zu Ende zu kommen. Vengeance kann warten, während ich auf das setze. Du bist ein Kampf für die Heilige Tora. Woher gehst du? Du bist ein Kampf für die Heilige Tora. Oh, ich bin sicher, ich bin sicher. Nein, ich bin nicht gesund. Waaah 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 Runde gewonnen M.V.P. der Runde, ja! Und jetzt? Oh, wie, Runde 2. Ey, ich bin gerade froh, dass ich Runde 1 überlebt habe. Das ist ja doch ein bisschen kämpft. Ein bisschen was anderes, ne? Oh, scheiße. Oh! Nein! Wo ist er? Ah! Nein, ich will... Aua! Alter! Alter! Alter, warum hat denn der... Alter, ist der gut, äh... Alter! Alter! Das ist... Alter! Das ist... Entschuldige, wenn ich gerade ruhig war! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Wunde gewonnen! M.V.P. der Runde! Ja, da! Ja, da! Ja, da! Es ist die, ja, da! Runde 3. Ich will nicht mehr! Hallo! Ich hab keine Lust mehr! Ich hab Angst! Jetzt geh ich andersrum. Und sagst du so! Haha! Au! Fuck it! Oh Gott! Reflect! Stand still! Get crushed! Ah, Mist! Aua! Mann! Warum kriegt denn der mich immer? Oh! Stand still! Get crushed! Where did you go? Ooooooh! You can't run from me! Alter! Mann! Ey! Das war scheiße von mir! Alter, das schaff ich diesmal glaub ich nicht, äh! Uh! Reflect! Neiin! Warum? Reflect! Schill! Ja, hör mal auf mit deinem blöden Schilder! You can't run from me! Oh! Hat ja... Hat ja meine Ulti grade gebremst? Der Drecksack! Oh! 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 Wie viele Runden gibt's denn hier? Wie viele Runden gibt's denn hier? Ah, Mann, ich muss, glaub ich, warten, glaub ich. Ah, ich treff mich dann selber. Okay, der Schild ist blöd von dem. Ja, das hat gut geklappt. Ah. Ah. Oh. Ja, 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 ich will schon fighten, aber... Ich bin eher der Freund von, äh... Ja, nein! Nein, 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 nein! Oh, wie gemein! Wie gemein! Oh, wie gemein! Oh, ich bin gestumpt! Dreck! Scheiße! K.O.-System! Ich bin, äh, weg! Nein! Aua! Ja, 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 Schild! Feind getötet! Ah! Cool! Wie, wie hab ich denn das jetzt geschafft? Puh! Puh! Alter! Hui! Das ist, das ist, das ist... Hoho! Toller Kampf! Ihr habt mich komplett in eurem Band gezogen! Freut mich zu hören, dass es dir gefallen hat. Was nun? Na, ich hoffe nicht mehr viel! Jade! Level 1 bin ich noch? Achso, dann kriegst du Kohle dazu! Klingeln, um fortzufahren! Beenden das Quest abgeschlossen! Ein Tutorial beenden! Siegerkiste! Achso, dann musst du 2... Ah, dann kannst du Freunde einladen! Aha! Voices KI! Platzieren! Standard! Achso! Fertig! Nein, will ich gar nicht! Hallo! Hilfe! Hilfe! Ja, ungültiger Name! Fertig! Ich... ich will ja auch gar nicht... Ja! Auf jeden Fall! Das war... Battlearity! Äh... Bei Steam gibt's das Augenblick kostenlos, dieses Wochenende zu spielen. Beziehungsweise, wahrscheinlich, wenn die Folge kam, war's kostenlos zu spielen. In unserer Letzt-Test-Reihe oder angespielt und, äh... ne? Verflixt und angespielt... Äh... unsere kleine Test-Reihe... Ähm... Gibt's bei Steam für, ich glaub, Augenblick etwas günstiger, wie viel Euro das jetzt waren... Weiß ich jetzt leider gerade gar nicht auswendig. Auf jeden Fall, ne? Mal ausprobieren, mal ein bisschen anspielen. Kann man mal machen! Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und, äh... Wenn ihr wollt, in nem nächsten Letzt-Test, Letzt-Play, wo auch immer wir uns wiedersehen wollen! Ciao mit Klau!